Als Teil der REWE Group gehört die REWE International AG zu einem der führenden Handels- und Touristikkonzerne Europas. 2017 haben wir eben mit der Zentralisierung unserer IT-Infrastruktur begonnen und unsere bestehende Infrastruktur aufgewertet und modernisiert. Der sichere und zuverlässige Betrieb wird durch Produkte der Schneide Electric und EPC ermöglicht. Durch ein nahtloses Zusammenspiel der EcoStruxure-Lösungen für IT, Energie und Gebäude konnten wir die Infrastruktur unserer Rechenzentren auf ein neues Level heben.